Hier bischen die uns hier gerade rauf, Richtung See und hoffe, dass da Ruser stehen. Kann ja nicht sein, dass da nirgendwo welche gab es jetzt. Oder nicht so viele, besser gesagt. Okay. Ich will jetzt schon wundern, wenn hier kein Russe ist. Oh, hier ist Kahn. ist keiner auch keiner sein ansonsten zieh er mal an ansonsten und dem sie dann war und dem dann tiefer vielleicht erblicken wir hier in den russer mal also russer auf jeden fall anscheinend von allen hirschen hier die schwerste zu ergatterten daneben an der nacht vorteil bringt es also der nacht vorteil für die usa jetzt gesehen und es ist kein vorteil haben wir ja mal schauen muss und ich musste jetzt auch wenn ich gleich auf 24 dinge wo es So, das ist der potenzieller Ruserspot. Aber es scheint hier auch nichts zu dauern. So, das ist der potenziell. 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 Das war's für heute. Das war so ein Zweier, der... Das war's für heute. Der Sturm geht auf jeden Fall. Das war's für heute. Das war's für heute. Nix. Das war's für heute. Ja, die mystischen werden wir mal rausnehmen. Das war's für heute. 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 Und die wir das wahrscheinlich jetzt wieder nicht finden würden. Wo ist der Hund? Das war's für heute. Das war's für heute. Und hat's gefunden? Das war's für heute. 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 wäserbeck würzige axis und ganz ja was ist mit der folge ich auch wieder sagen dass beim nächsten mal und bis dann macht's gut